Das ist eine neue Ausgabe von Radio Inside Promi, heute mit dem Singer-Songwriter Koli Herb. Koli, schön bist du auch. Ja, danke dir, Dani. Wir reden gleich über den Freitag, dann kommt deine neue EP aus Lingo. Was kannst du schon über dich verraten? Du, es wird etwas ganz Neues von mir, also es wird ein modernes Projekt, Dancehall-lastig und Afrobeats-lastig. Ja, etwas anderes. Lingo heisst sie, was hat Lingo in dieser EP für dich für Bedeutung? Lingo ist eigentlich der Ausdruck für Slang-Dialekt und in meinem Fall ist es so, Musik ist eine Sprache. Musik ist meine Sprache und meine Sprache ist eben nicht so geregelt, sondern ist noch etwas anders. Also eben der Slang sozusagen, meine Lingo. Und du hast auch schon Anfang Oktober eine erste Auskoppelung herausgegeben, eine Single-Auskoppelung. Siso heisst der Song. Dir geht es darum, dass dir andere Ideen geben, was du machen kannst, damit deine Musik noch besser wird. Wie geht es mit solchen Sachen um oder auch mit Kritik, die du von anderen bekommst? Also relativ locker, oder? Grundsätzlich bin ich sehr kritikfähig, habe ich das Gefühl. Also konstruktive Kritik sehr gerne. Bei diesem Song thematisiere ich mich die Leute, die alles besser wissen. Die Kommentarschreiber und so, die halt noch ihre Senf dazugeben, die das Gefühl haben, du bist Musiker, du bist sicher sehr angewiesen auf meine Tipps, damit du noch erfolgreicher wirst. Aber ich denke, als Musiker musst du auch ein wenig mit dem umgehen können. Und darum habe ich diesen Trackschreiber Siso auch ein wenig ironisch, mit einem Augenzwinkern. Ja, aber man setzt sich selber nicht so zu ernst nehmen, finde ich. Gibt es denn auch Ideen, wo du plötzlich denkst, ja doch, eigentlich hätte er noch recht, müsste ich vielleicht schon mal beachten? Definitiv. Immer. Das kann jeden Tag passieren, dass jemand mit einer guten Anregung kommt. Wenn man jetzt deine Single-Auskoppelung Siso anhört, aber auch deine ganzen anderen Songs, dann kommt man automatisch gute Laune über Feelgood. Das soll deine Musik ja auch ein wenig ausstrahlen. Wie bringst du deine Musik hin, damit sie auch immer so rüberkommt? Ich nehme an, dann musst du ja selber froh Natur sein, oder? Ich bin schon eher froh Natur, beziehungsweise eher positiv meintet. Das ist aber mehr eine Einstellung. Ich will das auch. Ich will positiv sein. Und klar gibt es auch diese Zeiten an mir, die eher traurig sind oder düster oder was auch immer. Aber am Ende des Tages versuche ich mich auf die positiven Sachen zu fokussieren. Und das auch so weiter zu tragen. Sei es jetzt in meinem privaten Leben oder in der Musik so, wo ein Ausdruck ist von dem. Und mehr davon gibt es dann eben am nächsten Freitag, wenn dann die EP noch kommt. Wie ist die eigentlich entstanden? Was ist da für ein Hintergrund? Also ich war in Paris, das halbes Jahr. Ich habe dort am Album vor allem gearbeitet. Und habe ganz, ganz viele Tracks natürlich gemacht. Ich habe das halbes Jahr nur Musik gemacht, nur Songs komponiert, nur Songs geschrieben. Und habe ganz viele Songs gemacht. Die Albumarbeit ist dann ein bisschen länger gegangen, als ich gedacht hätte. Wie das immer so ist. Und dann im Juni kam mir die Idee, dass ich die Songs, die nicht auf das Album passen, also inhaltlich oder stilistisch, aber trotzdem noch geil sind. Die tue ich in so einer EP zusammen und haue das Zeug raus. Dann haben die Tracks in drei aufgenommen. Und ja, jetzt sind wir Oktober und jetzt ist die da. Also, und das nächstes Album ist auch schon geplant? Oder hörst du dich jetzt erstmal auf die EP und dann schaust du weiter? Nein, nein, das ist dort auch in der Pipeline, das Album. Das ist sozusagen ein kleines Amuse-Bouche für das Album. Und ja, aber es braucht noch ein wenig Zeit, oder? Du musst den Leuten auch Zeit geben, sich auf eine neue Seite zu schauen. Am 9. November dann ist auch das Platten-Tauf in der Galicia-Bar zu Olten. Was kann man von diesem Abend erwarten? Ah, da wird sicher ganz speziell oben, oder? Ich habe schon recht viele Platten da auf ihnen ins Auto gemacht, schon überall. Und jetzt zum ersten Mal in der Galicia-Bar, die eher klein ist, also etwa so 150-200 Leute haben dort Platz. Wir werden die Bühne ein bisschen vergrössern, weil wir so viele Leute sind in der Band, oder? Wir spielen dort mit mir während der Mighty Roots und ganz vielen Special Acts. Dann werden wir die Bass-Boxen noch grösser hineinmontieren, oder? Weil meine Musik eben so Dance oder Reggae, das braucht Bass, oder? Die Tauf-Frequenzen sind wichtig. Und ja, ganz viele coole Leute, die wir jetzt dort haben. Hoffentlich. Hoffen wir es. Sie können ja alle gerne vorbeikommen. Und dann gehst du auch auf die Tour noch. Hast du noch etwas geplant? Was ist schon fix? Ja, genau so. Eigentlich jedes Wochenende im November haben wir Gigs in Interlaken, in Alten, in Zug und in Burgdorf. Ist jetzt fix so. Und wer weiss, vielleicht gibt es ein Überraschungs-Gigs. Das kann es immer geben. Dann sind wir gespannt und freuen uns natürlich auf den nächsten Freitag, wenn Lingo, deine EP, in die Läden kommt und man sich posten kann. Auf welchen Wegen, wenn man Feedback zu deiner Musik geben möchte, auf welchen Wegen kann man dich kontaktieren? Wenn du das irgendwo gesagt hast, Feedback nimmst du ja an. Genau so. Man kann Radio Inside ein Mail ins Studio schreiben. Die leiten wir uns gleich weiter. Oder aber natürlich Facebook, Instagram ist gerade so ein Kommunikationskanal. YouTube. Auf Spotify kannst du nichts kommentieren, aber kannst du es wenigstens hören. Also gönnt euch das. Das Wichtigste ist zuerst hören und dann kann man ein Feedback geben. Danke vielmals, Coli. Bis da gewesen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit den EP aus Freitag und den Plattentaufi. Danke vielmals, Radio Inside. Boom bang. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.